So liebe Freunde, heute gibt es ein Verkauf von mir, das heißt ein Verkaufsvideo, ich zeige euch mal meinen Stand und ja das war es dann auch für heute, ihr könnt meinen Stand euch mal anschauen und ja in den Kommentaren schreiben was euch vielleicht interessieren würde oder was ihr cool findet. Hier haben wir hier so ein paar Pokémon Sachen, eine Funko Figur ist schon weg, hier haben wir noch paar Nintendo Spiele, zwei japanische, der Rest war auch schon weg, Bomberman für N64, Displays, Digimon, Pokémon, eine Wii noch, Mortal Kombat, War, Pokémon, Dragon Ball Karten, hier habe ich so abgepackte Dragon Ball Karten, Game Boy Spiele, hier ist der Ordner, den ich vor ein paar Wochen gekauft habe auf dem Flohmarkt, das sind halt die Reste, aber das heißt Reste, ich fülle die immer wieder nach mit anderen Karten, hier habe ich die Pokémon Packs, heute nur vier Stück für 7 Euro, 30 Karten, Fortnite, hier haben wir ein bisschen Merch, die restlichen Lego Figuren, Liverpool Gläser, Mützen, DS Spiele, hier haben wir so Playsy 2, 3 und 4 Spiele gemischt, Nintendo Wii ist auch dabei, hier haben wir wieder Kreide, Harry Potter Bücher, Fortnite, Pokémon, Puzzle, Ja, was für die Kinder, Puzzle haben wir hier auch, und ein bisschen Kleidung mitgebracht, Real Madrid, Bruno Banani, Hugo Boss, Das war's, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zur nächsten Woche.